Also es war eine sehr coole und neue Erfahrung. Als ich das Stück das erste Mal gespielt habe, dachte ich mir erst, oh Gott, das klingt ziemlich schräg. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin in Frankfurt, in Österreich. Ich liebe die Musik über alles und beschäftige mich in meiner Freizeit fast nur mit Musik. Ich spiele seit ca. 10 Jahren Geige, singe unglaublich gerne und spiele erst seit ca. 2 Jahren Klavier. und ja, es macht mir unglaublich viel Spaß. Wie fühlst du dich nach der Aufnahme? Also es war eine sehr coole und neue Erfahrung, da ich mit dem Klavier noch nie aufgetreten bin und ja, als ich das Stück das erste Mal gespielt habe und angeschaut habe, dachte ich mir erst, oh Gott, das klingt ziemlich schräg, aber jetzt am Ende, ja, fand ich eigentlich, dass es voll Spaß gemacht hat und auch cool geklungen hat, hoffentlich. Möchtest du so etwas wieder einmal machen? Ja, auf jeden Fall. Mir hat es, wie gesagt, sehr Spaß gemacht und ich freue mich sehr drauf, weiterhin neue Erfahrungen zu sammeln im Bezug zur Musik. Also danke fürs Zuhören. 감사합니다.